Klassismus Das Thema des heutigen Abends ist... Klassismus! Hallo, ihr Lieben! Der Suche-Porsche ist nicht um Stahlarweiter. Alle Bewerber bekamen sieben Minuten Bühnenzeit, um in der Blindner Gemeindebibliothek ihr Konzept für die Möbel vorzustellen. Für richtig gute Borscht! Nimmst du das gute Fleisch vom Retzker? Nimmst du erst mal Nesli! Oder machen wir alle schnell! Es gibt unterschiedliche Stufen kultureller Wertigkeit. Da sind wir uns wohl einig, denn immerhin sitzen sie in einem Foyer-Theater. Rote Binde, Kraut, Zwiebeln, Kräuter, HAKK, Kack, wirst du kochen? Ich weiß nicht, warum du uns im Texten sperrst! Martin, Daphne und ich hätten unsere gemeinsame Jahre aufheben auf ein Ligipop-Konzert verbracht. Was? Wir sind Martin und Daphne! Martin ist der Teil, der darauf erwartet, dass deine Eltern sterben, weil du ihr Haus erben wirst. Und Daphne ist der Teil, der gerne mal nach mir zu... Ich weiß nicht, wie wir Daphne... Daphne ist der Teil, der